Bambel, du beschissene Aichu de puta. Ah, du hast also meinen Schlüssel. Si, ich hab ihn von deinem toten russischen Freund. Also, Rochas, der Schlüssel öffnet einen C-film Hotel Via Rodia. Ich brauche das schwarze Buch, das da drin ist. Was ist in dem Buch? Für dich, Paolos Freiheit. Gonya! 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 Oh yeah! Gracias! Ningún problema. Gonya! Was ist das? Was ist das? Hey, ich bin an einem alten Fonds. Weißt du was darüber? Das bei Segunda, ja? Castillo nutzt es, um den Schwarzmarktschmuggel zu stoppen. Einer von uns ist ihnen ins Netz gegangen. Sieh mal, was du tun kannst. Ich werd's versuchen. Jetzt ganz vorsichtig. Ich weiß nicht. und feiert unser Land. Ich gehe jetzt runter! Auf Wiedersehen, Matteo! Ich gehe jetzt auf die Schraube. Ich gehe jetzt auf die Schraube. Ich gehe jetzt auf die Schraube. Versystem. Ich gehe jetzt auf die Schraube. Ich gehe, mich an alle. Wir sind schon genug von euch. Te debo mi vida. Wir sind schon genug von euch. Wir sind schon genug von euch. Wir sind schon genug von euch. Wir sind 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 genug von euch. Der hat die Zuckermühle Dulce in eine Viviro-Fabrik verwandelt. Streu ihn doch ein bisschen Sand ins Getriebe. Danke. Danke. Wir sind genug von euch. 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 Grazie. Wir sind genug von euch. 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 Mir läuft die Zeit davon. Oh, ist das für mich? Oh, ist das für mich? Geil sein. Oh, ist das für mich? Oh, ist das für mich? Oh, ist das für mich? Ich bin türkisch. Hier drüben! Was hast du für mich? Hier bewahren wir die Vorräte auf. Niemand wird merken, dass sie weg sind, bis es zu spät ist. Danke dir. Lieber auf Abstand. Was habt ihr für mich? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Oh, hier ist es gefährlich. Was ist das für mich? Was ist das für mich? Was ist das für mich? Oh, hier ist das für mich? Oh, hier ist das für mich. 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 Ich kann mich nicht mehr sehen. Ah! 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 Hm? Hm? Ich gehe runter. Geh! Du bist nicht! Das war's für heute. Mi Vinga! Das war's für heute. Du entkommst, Denny! 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 Ins Rollpunkt. Vorsicht. Hm, ein Stolperdraht. Das ist ein Stolperdraht. Das ist eine Leiche. Ich finde, dass wir das war. Mierda. Keine Chance. Auf den Deckung! Es ist ein Stolperdraht. Hey! Hier! Was weißt du? Guerriera. Wir haben einen Konvoi beim Valle de los Sabios entdeckt. Er transportiert Grundvorräte. Genau, was wir brauchen. Das weiß ich zu schätzen. Das ist das. Ich bin hier, ich bin hier. Schau. Ich bin hier! Ich bin hier. Hey, Judah! Hey, Judah! Was ist das? Lieferung ist raus. Geplante Ableitung und nahe der Küstenbucht. Bitte bestätigen. Bestätigt. Das Team ist auf dem Weg. Mal sehen, ob ich es vor den Soldaten zur Abbruchstelle schaffe. Mal sehen, ob ich es vor den Soldaten... ...da das zur Abbruchstelle schaffe. Jebys. Auslöschen sie ihn. Auslöschen sie ihn. Auslöschen sie ihn. Noch kann ich sie schlagen. Scheiße! Ich sehe dich, Schatzschütze. Ich sehe dich, Schatzschütze. Scheiße, ja. Ja, das ist richtig gutes Zeug. Ich sehe dich, Schatzschütze. 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 Schatzschütze.